Diese Frau hat dir 40 Jahre gestorben. Und die holen wir uns jetzt wieder. Ich versuche Ihnen mitzuteilen, dass ich mit Ihnen auf der gleichen Seite stehe. You decided your life is worth more than hers. Jugend ist... Das klingt so verfügerisch, aber... Erstmal die ganze Story natürlich, fand ich großartig. Ich bin großer Science-Fiction-Fan und fand es natürlich wahnsinnig spannend, selber dann irgendwie mich in so einem Science-Fiction-Film sehen zu können. Aber natürlich irgendwie auch die große moralische Frage, die da aufgeworfen wird, irgendwie, wie weit würde man selber gehen, um länger leben zu können oder sich verjüngen zu können. Ja, und diese Frage wirft dieser Film natürlich auf. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Ich wollte dabei sein, weil ich hatte mit Boris ein Gespräch, ich hatte das Buch noch gar nicht gelesen. Wir hatten ein privates Gespräch bei einem Essen, haben wir uns getroffen und er hat mir von einem Projekt erzählt. Das Projekt hat mich interessiert. Weil es natürlich auch Fragen, gesellschaftspolitische Fragen sind, die mich selber auch beschäftigen, mit denen man umgeben ist, mit denen man konfrontiert ist. Und ich fand es extrem spannend, was er da erzählte. Und dann sagte er, ja, dann darf ich Ihnen mal das Drehbuch schicken? Sag ich, ja, unbedingt. Und das Gespräch war nicht, also das Gespräch hat nicht mehr versprochen, als das Drehbuch dann war, sondern es hat genau diese Substanz gehabt, von der er geredet hat. Und, na klar, haben wir darüber geredet, wie toll es wäre, wenn man sich selber dann auch spielt in Jung. Das kannst du aber wirklich dann nur in amerikanischen Produktionen machen, weil das ist eine Frage des Geldes und der Zeit. Das kannst du ja heute alles herstellen. Das hätte mich ungeheuer gereizt natürlich auch, weil den umgekehrten Fall habe ich schon oft gemacht. Ich habe mich mit 40 gespielt und mit 90 gespielt und in so historischen Filmen. Aber mal diese Verjüngung, das hätte ich schon gerne, ich will Alina nicht, um mir die Rolle wegzunehmen, aber natürlich war das so eine Herausforderung. Wir haben darüber geredet und ich fand dann auch den Weg gut, wie wir das machen wollten, wie wir versuchen wollten, die Personen dann da hinzukriegen, dass man denkt, es ist ein und dieselbe. Also ich finde auch, dass es super spannende gesellschaftliche Themen anspricht. Und als ich das Drehbuch gelesen habe, ich muss gestehen, dass ich manchmal im Lesen ein bisschen langsamer bin, ein bisschen mehr Zeit brauche. Und bei dem Buch war es aber tatsächlich so, dass ich es nicht weglegen konnte und total... Also ich war einfach wirklich, ich wollte so unbedingt wissen, wie es ausgeht und ob sie das schaffen und so. Dass ich wusste, es wird extrem spannend. Und natürlich hat mich die Rolle auch sehr gereizt. Hast du das Drehbuch gelesen? Hattest du ein Casting für die Rolle? Ah ja, ich habe ein Casting gemacht. Und du? Ich auch. Und ich konnte das Drehbuch nämlich vorher gar nicht lesen, sondern wir hatten, oder zumindest war es bei mir so, ich wurde von Lisa Stutzke gecastet und wir haben eine Szene bekommen. By the way, Lisa ist eine tolle Casterin. Okay, cool. Und ich hatte nur diese Szene und sollte tatsächlich auch die Rolle von Iris Berben ansprechen oder vorsprechen und war total aufgeregt und dachte so, Gott, ich kriege das nicht hin und war total verzweifelt und war mir 100% sicher, dass ich das nicht bekomme. Eigentlich wie auf alle anderen Rollen auch. Also ich habe, ja, ich habe viel mit dem Regisseur, mit Boris Kunz gearbeitet, was toll war. Ich habe, wir hatten Proben zusammen mit Iris Berben und allen anderen Kollegen, waren wir in Vilnius, wo wir ja auch gedreht haben und haben uns intensiv mit den Figuren, mit den Rollen, mit der Geschichte auseinandergesetzt, um zu gucken, dass es auch wirklich, ja, keine Lücken gibt, dass alles Sinn macht. Ist ja nicht ganz so einfach alles, wie das da funktioniert. Und dass man auch wirklich auch selber alles versteht. Aber, ja, es war toll, sich mit dieser Figur Max auseinanderzusetzen einfach, der ja dann doch so eine andere Einstellung hat aufs Leben, als ich selber es habe. Der dann, ja, diesen Job als Donation Manager hat, ja, wo er Leuten, die die Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten haben und sich verjüngen wollen, einen passenden Spender sucht. Und, ja, er davon überzeugt ist, dass er auch was Gutes macht, weil er ja auch den Leuten, die quasi in der Armut leben, viel Geld gibt, um aus dieser Armut rauszukommen, auch wenn sie Lebensjahre weggeben müssen. Und er sieht sich halt als kleines Rädchen im System des Kapitalismus und hinterfragt das ganze System jetzt gar nicht so extrem, bis dann etwas sehr Gravierendes passiert. Ich habe an Elon Musk gedacht, ich habe an die Jungs, die Global Player gedacht, die uns das alles einbrocken gerade. Und, ja, an dieser Überzeugungskraft, die sie haben, auch an dieser Finesse, die sie haben, wie sie das ethisch vertreten und mit welchen Ansprüchen sie in die Welt treten. Und das war dann eigentlich ein ganz gutes Blatt Papier, was man da vor sich hatte. Und man sagte, ah, da gehen die Jungs hin, dann mache ich das jetzt mal mit derselben Attitüde oder mit einer ähnlichen Attitüde als Frau. Ich wollte auch so eine Lichtgestalt da haben. Das fand ich ganz mit den Haaren, die ja erst dunkel sein sollten. Dann habe ich gesagt, könnten wir nicht weiß und weiß anziehen. Und dann habe ich, ja, das ist eine Perücke. Ich sage, ich weiß, ist teuer, kommt aber besser. Weil das hat noch die, also, dass sie das nochmal, das, was du weiblich jetzt nochmal umsetzen kannst, fand ich ganz spannend, dass man sagt, da arbeitet man auch nochmal wie, ja, eine Lichtgestalt. Einfach weiß anziehen, weiße Haare, dass man das alles in diese Verkaufsstrategie reinbringt. Wir hatten beide Stunt-Training, das kann man, glaube ich, sagen. Oh ja, ja, es wird viel geschossen. Genau, also wir hatten sehr, es war eine sehr körperliche Arbeit für jede Rolle, egal, was die Rolle für eine Position innerhalb der Geschichte hatte. Und es war sehr kalt. Genau, wir haben einen Liter umgedreht. Das heißt, es war sehr, sehr kalt. Wir haben Ende Februar, Anfang März bei minus 20 Grad zwei Wochen lang durch die Nächte durchgedreht. Aber es war eine tolle Arbeit. Also ich fand, es war sehr fordernd, aber ich habe sehr viel gelernt und ich habe mich total gefreut, dass ich das erste Mal so richtig Stunt-Training hatte. Du hattest das wahrscheinlich schon tausendmal. Nicht tausendmal, aber öfters, ja. Nee, tolle, tolle Produktion. Ja, habe ich mir natürlich auch selber gestellt und ich konnte sie aber dann doch schnell beantworten für mich, dass ich wusste, nee, ich will mich nicht auf Kosten anderer verjüngen. Natürlich, länger leben ist natürlich etwas, was irgendwie spannend ist und spannend klingt, länger auf diesem Planeten zu sein, der so aufregend ist. Ich reise wahnsinnig gerne und denke manchmal, ich habe nicht genug Zeit, wirklich diese wunderschöne Erde zu sehen. Und dafür fände ich es dann ganz spannend, tatsächlich ein paar Jahre länger auf diesem Planeten zu sein, aber nicht auf Kosten anderer. Ich selber ernähre mich vegan, also ich will auch schon nicht, dass das Tierwohl darunter leidet, deswegen auch sicher keine Menschen. Nein, ich würde mir keine Welt wünschen, in der man ewig leben kann, aber ich würde mir für mich persönlich wünschen, dass ich einfach sehr viele Jahrzehnte hätte, weiter wach und mit wachem Geist und auch mit der Möglichkeit einzugreifen oder mit dem, was angegeben ist, mitzugestalten. Ein Wort, was so wichtig geworden ist wie unsere Demokratie, ich hätte das auch niemals mir vorstellen können, dass wir die nochmal verteidigen müssen. Die Neugierde treibt mich und da würde ich mir schon gerne ein paar mehr Jahrzehnte wünschen, aber da geht es mir nicht darum, jung zu sein oder jünger zu werden, sondern einfach dabei zu sein. Also mitmachen zu dürfen, zu können, sich einzubringen und ja, auch gucken, was macht es mit uns. Ich finde es extrem spannend, in welcher kurzen Zeit uns so viel Veränderung zugemutet wird. Das hat es ja nie gegeben. Klar haben wir die großen Veränderungen alle auch in unserem Geschichtsunterricht schon durchgenommen, aber es passiert da doch in sehr kurzen Abständen extrem vieles und das macht mich neugierig und deshalb würde ich gerne noch längere Zeit dabei sein. Ich glaube, das wünschen wir jetzt alle für Sie. Das wäre für alle gut. Danke. Ja. Nein, ich glaube nicht, dass man ewig lebt. Also dadurch, dass ich wirklich auch finde, dass eine Auseinandersetzung mit einer Endlichkeit einen dazu bringt, das, was einem wirklich wichtig ist, groß zu machen und die Zeit, die man hat, so gut wie möglich zu verbringen. Und würde ich sagen, das ist nichts, wofür ich plädieren würde. Mal abgesehen davon, dass es unser Planet auch nicht aushalten würde. Da muss ich mal kurz nachdenken, das ist schwierig. Es ist wirklich schwer zu sagen, es waren so viele tolle Szenen und ich habe mit so vielen tollen Kollegen arbeiten dürfen. Aber ich muss sagen, da bin ich dann so ein bisschen klischeehaft Junge. Die ganze Endsequenz, wo sehr viel Action sein wird und Kämpfereien und Explosionen und all sowas, das hat schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das haben wir über eine ganze Woche in Vilnius gedreht, in der Nacht, was nicht unanstrengend war. Also auch mit die anstrengendste Szene war das gleichzeitig, aber auch hat es gleichzeitig sehr viel Spaß gemacht. Also für mich sicherlich war es dieser Auftritt vor diesen 500 Studenten und überzeugt zu sein, aber nicht diese und trotzdem nicht in diese Verkaufsnummer zu gehen, sondern so menschlich zu sein und aber darunter ganz harte Mandagen, was erzählt werden soll, was eingefordert wird, wo die Zukunft steht. Und das trotzdem jetzt nicht mit so einer Riesenallure zu machen, sondern da war ich so am Suchen. Es ist ja leichter, wenn du das ganz laut und groß machst. Und ich dachte aber, immer gefährlicher ist es, wenn man es so menschlich macht. Und ich bin einer von euch. Also das war so, wo ich dachte, es ist ja auch dann die einzig große Szene, die da ist. Es war dann auch, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich diese Szene habe, dann drehe ich das auch. Weil irgendwas muss von ihr erzählt werden. Irgendwo muss sie die Möglichkeit haben, zu zeigen, wer sie ist. Ich glaube, für mich war total spannend eine Szene, wo wir die Alterung von Elena gedreht haben. Ich saß fünf Stunden in der Maske und die haben einen fantastischen Job geleistet. Ich sah wirklich aus wie meine Omi, die ganz toll ist. Und ich hatte an diesem Tag Geburtstag. Also ich bin ein Jahr älter geworden eigentlich und dort dann aber 40 Jahre älter. Und das ist schon auch Wahnsinn und ist für das Spiel natürlich auch absolut hilfreich, wenn man das im eigenen Körper sieht. Wenn du deine Änderung anschaust und das einfach sehr viel älter ist. Das fand ich echt absurd, aber auch voll spannend. Und wenn ich mir so den Film anschaue, finde ich auch die Szenen, wo die gealtete Elena und Max sich wieder so näher kommen, die finde ich auch sehr berührend, weil man so merkt, dass die trotz dieser total widrigen Umstände irgendwie wieder zu sich finden, zu ihrem Kern. Ich hatte eine Szene, ich glaube, das ist auch kein Spoiler, wenn ich die erzähle. Und zwar renne ich da nachts durch den Wald. Und das ist einfach, ich war in gerade mal Unterwäsche. Und ich bin da echt bei zwei Uhr nachts irgendwie barfuß langgerannt. Und das war auf jeden Fall schon herausfordernd, kalt. Ja, ich glaube, die Frage, die vor allen Dingen aufgeworfen hat, ist, wie weit würdest du gehen für dein persönliches Wohl? Also genau das ist ja das, was der Film so aufwirft, diese Frage. Und das finde ich so spannend, weil man wird so, das ist so ein toller, unterhaltsamer Film, der einen so packt und gleichzeitig auch total zum Nachdenken bringt. Und würde man wirklich das Wohl anderer unter das eigene stellen, nur damit man länger etwas vom Leben hat? Und die Frage ist dann gar nicht so weit weg, wenn man ja auch sieht, heutzutage gibt es illegale Organspenden, es gibt Menschenhandel, also all davon wird ja jetzt schon profitiert, grausamerweise. Und deswegen ist diese dystopische Szenerie gar nicht so weit weg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.